Musik Gegen Ende der Montgolfjahre 2013 hatte das Wetter dann doch noch ein Einsehen und bescherte uns allen einen herrlichen Samstag im Tegernseer Tal. Der Pilot unseres Ballons, ein erfahrener Mann, macht uns auch gleich richtig Mut. Ich darf euch durch die Luft fahren, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten kriegt, immer wegen gesundheitlicher Art, bitte gleich melden. Ah ja, okay. Unvorstellbar, wie schnell dieser Ballon uns nach oben befördert und uns dann mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Die Neureuth Der Schliersee Mittlerweile waren wir auf 3.400 Meter gestiegen. Also die Sicht nach Süden ist natürlich gewaltig. Jetzt könnt ihr euch schon so vorstellen, wie das bei der Altmühler geworden ist. Weil über dem Nebel natürlich ist die Sicht nach Norden auch super. Unheimlich, Wetterheilig. Der Wind dort oben erlaubt es uns sogar, zurück zum Tegernsee zu fahren. Tegernseer Schloss Die Rottacher Bucht Sonnenbichel Bad Wisssee Und da unten wollten wir landen. Bei der Landung ging es alle ein bisschen mit mir, sodass du ein bisschen Federn kennst. Aber das wollte der Wind nicht und trieb uns in Richtung Rottach vor sich her. Also wieder Höhe gewinnen und den nächsten möglichen Landeplatz anpeilen. Die Wiese in der Ecke Weissach-Aribostraße Na bitte, alles halb so schlimm. Der Pilot versteht sein Handwerk. Die Bodencrew war über unseren Landeplatz informiert und bereits auf dem Weg. Ein absolut empfehlenswertes Erlebnis. Auch wenn dieser Beobachter das alles zum Davonlaufen findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017